Morgen, Mittag, Abend Vormittag, Nachmittag Mittag, Mitternacht Um wie viel Uhr soll ich dorthin kommen? Um wie viel Uhr soll ich dann wieder hierher kommen? Verzeihung, aber ich habe keine Uhr. Wie viele Stunden Zeitunterschied gibt es zu Korea? Wie spät ist es jetzt? Jetzt ist es Viertel nach eins. So was, meine Uhr zeigt halb zwei. Die Uhr geht vor. Die Uhr geht vor.